Ich bin keine Hypnotherapeutin und war das erste Mal auf dem Kongress hier und bin ganz begeistert. Ich fand das Ambiente hier sehr schön, wieder mal. Wahnsinnskompliment an die Organisatoren, haben alles sehr gut gemacht und jeder von uns nimmt immer irgendwas mit nach Hause. Also besonders schön finde ich in den Tagen hier die Atmosphäre, das Zusammentreffen von verschiedenen Psychotherapeuten und verschiedenen Richtungen. Eine super Organisation, super Team. Ich fand es war eine sehr förderliche und konstruktive Atmosphäre die ganze Zeit. Dass trotz der Größe der Veranstaltung eine familiäre Stimmung herrscht, großes Angebot, ein breites Angebot, aber auch genügend Lockerheit zwischendrin eben für die menschlichen Begegnungen. Wir werden hier etwas über 1000 Personen sein. Also ich habe was über meine eigenen Süchte kennengelernt. Also ich habe Selbsthypnose gelernt und ich denke, ich werde das mit Hilfe der Selbsthypnose auch hinkriegen. Und ich habe beeindruckende Vorträge gehört, an die ich mich dann modellartig immer mal wieder erinnern kann. ...dichten und einfach nochmal für sich wiederholen und auch seine eigenen Schlussfolgerungen für die Praxis halten. Also mich hat die Tagung sehr inspiriert, muss ich zugeben. Hat viel Spaß gemacht und mir viele neue Ideen geliefert für meine therapeutische Arbeit. Bogen schießen war sehr klasse inspirierend, einfach nochmal eine ganz neue Art an das Thema ranzugehen. Menge Inspiration und neue Ideen, die ich gerne ausprobiere, das ist immer eine Bereicherung hier. Ich nehme ein großes Aha-Erlebnis mit nach Hause. Und im Moment ist es ein schöner Ausklang, sehr entspannend. Da habe ich nochmal autogenes Training und Feedback. Ganz viel Urlaub, ganz viel Entspannung und ganz viel neues Wissen. Also viele praktische Dinge. Die Veranstaltungen waren nicht zu groß und ich bin therapeutisch weitergekommen innerlich. Ich bin ganz zufrieden, sehr zufrieden. Ich nehme wie immer ein paar neue Bücher mit nach Hause. Ich fühle mich angereichert und gehe gestärkt zurück in die Praxis. Also ich glaube, dass ich wieder einiges umsetzen werde. Das war bisher immer so und das werde ich auch diesmal. Ganz viel Inspiration. Ich komme von einer ganz anderen Richtung. Ich arbeite auch anders. Aber es war anregend und ich werde es zu Hause noch ein bisschen studieren und fortsetzen. Und jetzt freue ich mich einfach aufs Fest und es war bis jetzt eine super Tagung. Also ich fahre mit ganz vielen neuen Impulsen und Ideen nach Hause. Und ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ja, einfach schöne Begegnungen auch mit Kollegen, mit Freunden. Ja, freue mich aufs nächste Jahr und komme gerne wieder. Also ich fand, das war eine ganz tolle Stimmung. Also es war eine ganz bändige, freudvolle Stimmung. Es hat alles gepasst von den Veranstaltungen, von den Menschen, die hergekommen sind. Und dann noch das Wetter als i-Tüpfelchen obendrauf. Einfach gigantisch gut und beste Werbung fürs nächste Mal, würde ich sagen. Veranstaltungen Vielen Dank.